Wie kann ich denn mein Kind an den Zahnarzt gewöhnen? Das ist eine ganz einfache Maßnahme. Das Erste, was Sie machen können, ist einmal die Kontrolltermine wahrnehmen. Dadurch ermöglichen Sie dem Kind eine relativ zwanglose und einfache Vorgehensweise, sich an den Zahnarzt zu gewöhnen. Das Zweite ist, wenn Sie zum Beispiel mit dem Kind über bestimmte Themen des Zahnes besprechen, gibt es sehr schöne Kinderzahnbücher, wo einzelne Themenbereiche abgearbeitet werden, wo das Kind spielerisch lernt, mit dem Thema Zahn, Zahngesundheit, Karies umzugehen und kriegt dort ganz einfach über die Mutter die Informationen durch das Geschichte vorlesen. So kann ich mich verhalten oder so. Das kann ich dafür tun, dass mein Zahn gesund ist.